Hoher Besuch am Mittwoch in der Spitzenstadt. Heinrich von Plauen höchstpersönlich gab sich die Ehre. Der ehemalige Hochmeister des Deutschen Ordens kam in Form einer Wachsfigur zunächst ins Rathaus. Dort bleibt er nur übergangsweise. Seinen ersten öffentlichen Auftritt wird er zur Nacht der Museen im Konventsgebäude in Plauen haben. Dort wird er dann ein bisschen bleiben. Wir staunten nicht schlecht, als wir in Plauen eintrafen und Heinrich von Plauen leibhaftig auf einem Parkplatz sahen. So, jetzt zeigt euch mal der dicke Oben bei Heinrich, wie das geht. Achtung, Riemen. Na, kriegst du das rein? Riemen und Loch, das geht doch noch. Des Rätsels Lösung, der Mann mit der poetischen Ader ist sozusagen der Vorgänger der Wachsfigur. Zu der Rolle kam er durch eine Geburtstagsfeier im Konturhof. Die Verkleidung war damals mehr oder minder eine Schnapsidee. Die anwesenden Gäste fanden das aber so gut, dass Andreas Dick nun im Rahmen des Fördervereins Konturhof e.V. Plauen die Rolle des Heinrich von Plauen fortan übernahm. Das macht er sehr gerne und gut. Fast ist er etwas traurig, dass er nun Konkurrenz bekommt. Trotzdem begrüßte er den neuen Heinrich im Rathaus voller Freude und Ehrerbietung. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt endlich ich deine fleischgewordene Inkarnation. Heinrich von Plauen. Eine Statue desselben steht gleich neben dem Rathaus. Aber wer war das eigentlich? Heinrich von Plauen, über den wir hier reden und der heute auch begrüßt wurde hier in Plauen, zumindest das Abbild, wurde 1370 geboren, man sagt in Mühltroff und ist dann bereits 1390 auch mit seinem Bruder, der ebenfalls Heinrich hieß, dann ins Baltikum gegangen nach Ostpreußen und ging dort in den Dienst des Deutschen Ordens, hat eine sehr schnelle Karriere gemacht und war dann derjenige, der als Kontur von Schwetz 1410 nicht an der Schlacht von Tannenberg beteiligt war, weil er den Südraum gegen eventuelle Einfälle absichern sollte mit 2000 Soldaten und Rittern, dann nicht zur Schlacht erschienen, ist dann, nachdem die Schlacht verloren war, er die Informationen erhalten hatte, ganz schnell als Kontur von Schwetz auf die Marienburg ereilt. Innerhalb von drei Tagen hat er die 50 Kilometer bewältigt, hat innerhalb von sechs Tagen diese Marienburg entsetzt. Das heißt, er hat die Verteidigungsbreite gemacht und gegen das nach der verlorenen Schlacht von Tannenberg wieder anrückende polnisch-litarische Heer erfolgreich verteidigt. Für seine Verdienste wurde er anschließend am 9. November 1410 zum Hochmeister des Deutschen Ordens gewählt. Doch wie sieht es mit der Verbindung von Heinrich von Plauen zu der Stadt Plauen aus? Nun, der Hochmeister war nie in der Stadt. Aber in Plauen steht das einzig erhaltene Gebäude des Deutschen Ordens in Mitteldeutschland und schon ist die Verbindung hergestellt. Die Idee für die Wachsfigur wurde bei einem Besuch des Oberbürgermeisters in der Marienburg in Marienwerder in Polen geboren. Dort haben die polnischen Restauratoren die deutsch-polnische Geschichte, die eben auch ein Stück durch Heinrich von Plauen geprägt ist, sehr, sehr wirkungsvoll und mit viel Geld wieder entstehen lassen. Und ich war in dieser Stadt Kwitschin, Marienwerder gewesen, habe dort den Bürgermeister besucht und wurde dadurch angeregt, auch ein Stück dieser Geschichte hier in Plauen zu präsentieren. Wir haben den Konturhof in unserer Stadt nach den Kriegsschädigungen wieder entstehen lassen und wir wollen eben mit Heinrich von Plauen als figürliche Darstellung kombiniert mit einer Ausstellung und mit einer Dokumentation, die also dann dort zu sehen und zu lesen sein wird, wollen wir das Ganze natürlich touristisch aufwerten. Wir wollen den Konturhof und die Geschichte der Vögte und verbunden eben mit der Person Heinrich von Plauen hier in seiner ursprünglichen Stadt, seiner Geburt, seines Werdens, seiner Geschlechtslinie ein Stück darzustellen und wir wollen auch, dass sich die Vögeländer da ein Stück auch identitätsstiftend mit der Sache beschäftigen können. Das Aussehen des Hochmeisters wurde nicht dem Zufall überlassen, ganz im Gegenteil. Man hat es wissenschaftlich nachempfunden, diesen Heinrich, dieses Skelett vermessen, man hat genetische Prüfungen durchgeführt und es ist wissenschaftlich bewiesen zu 97 Prozent, das konnte man über die Reusische Linie jetzt wiederum entnehmen, das Material, dass es sich wirklich um Heinrich von Plauen handelte. Danach hat man wissenschaftlich dieses Skelett vermessen, hat es pathologisch, paleontologisch nachempfunden mit wissenschaftlichen Methoden und so ist diese Figur dann entstanden. Und man kann sagen, so sah Heinrich eventuell aus, als er 1429 gestorben war. Angefertigt wurde die Figur von einer polnischen Firma. Das wiederum wurde durch eine großzügige Spende des Lions-Hilfswerk Plauen e.V. ermöglicht. In einer Glasvitrine wird der neue Plauener dann im Konventsgebäude ausgestellt. Andreas Dick wird aber auch zukünftig in die Rolle des Heinrich von Plauen schlüpfen, denn er erweckt ihn buchstäblich zum Leben.